Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Vollarty. Ich bin David Kieber, schönen Mittwoch. Nach den Anschlägen in Brüssel gestern ist man auch in Vorarlberg schockiert. Tief betroffen über diese feigen und abscheulichen Terrorakte zeigt man sich im Landhaus. Die Unsicherheit in der Bevölkerung wächst, Sicherheitslandesrat Erich Schwerzler beruhigt aber. Wir sind nicht Brüssel. Vorarlberg ist dann für sich ein Land, wo man nicht diese Auseinandersetzung hat mit diesen Gruppen. Gott sei Dank sage ich dazu. Aber trotzdem sollte man nicht sagen, dass wir 100 Prozent Sicherheit haben, aber eine relativ hohe Sicherheit, dass bei uns solche Anschläge nicht stattfinden. Trotzdem werde man die Lage genau beobachten und wenn nötig die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen. Rechtsextreme Taten in Vorarlberg haben zugenommen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Sicherheitslandesrat Erich Schwerzler an die grüne Landtagsabgeordnete Nina Tomaselli hervor. In den letzten zwei Jahren haben sich die rechtsmotivierten Taten verdoppelt. Bei Verhetzung gab es von den Jahren 2014 zum Vorjahr sogar mehr als eine Vervierfachung. Sicherheitslandesrat Erich Schwerzler sieht in der Zunahme von Rassismus und fremdenfeindlichen Straftaten eine große Herausforderung für die öffentliche Sicherheit. Auch für die Grünen ist der Anstieg erschreckend. Jener 78-jährige Skifahrer aus Deutschland, der vergangene Woche am Hochjoch mit einem 63-jährigen Skifahrer zusammengestoßen ist, ist in einem Krankenhaus in Deutschland gestorben. Das berichtet die Polizei. Der Mann befand sich am vergangenen Mittwoch unter einer Geländekante, als er vermutlich von dem anderen Wintersportler übersehen und angefahren worden ist. Der Mann hat sich dabei schwerste Verletzungen am Kopf und im Brustbereich zugezogen. Und das Land Vorarlberg will jedem Jugendlichen einen Job oder eine Qualifizierungsmöglichkeit bieten können. Schon jetzt zeige die hochwertige duale Ausbildung und die Beschäftigungsgarantie in Vorarlberg ihre Wirkung, heißt es aus dem Landhaus. Trotzdem müsse man am Ball bleiben. Deshalb arbeitet das Land eng mit Jugendbeschäftigungsinstitutionen wie dem Bewerbungstraining für Jugendliche und dem Jobhaus zusammen. Auch finanziell werden die Institutionen unterstützt. Damit Dankeschön fürs Zusehen und bis morgen.